Hallihalle, meine Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu Animalica. Einmal mit dem Messer durch. Ja, so. Ich, äh, hier, Timber. Ein bisschen Wood brauchen wir noch und ein bisschen Timber. So, ich muss dann wahrscheinlich bald wieder Timber machen. Aber ich gucke jetzt erstmal. Ähm, dieses blöde Papier. Das brauche ich eigentlich nicht. Ich gucke jetzt erstmal. Ja, komm. Ich lasse mal. Wir haben ja ein bisschen Platz. Jetzt haben wir ja noch. Ich will halt nicht, ich will die Sachen nicht rausnehmen. Ich meine, das Papier ist Crafting Material. Dann wird uns hier wieder irgendwas nicht angezeigt, was wir craften könnten, wenn wir Papier hätten und so. Und deswegen will ich das Zeug eigentlich alles mal da drin lassen. So, was brauchen wir hier für Timber? Haben wir zu wenig? Small Stone. Haben wir auch zu wenig. Aber die können wir auch nicht machen. Ach so, doch mit einem Steinmetzding wahrscheinlich. Das wollte ich gucken, genau. Craft Stations. Blacksmith Timber. Small Hammer. Wo ist ja eigentlich das Werkzeug, was wir haben. schon mal hier. Wir haben hier noch. Wir haben hier. Wir haben hier. Aasian. Temmte Workshop. Arabien. Medieval. Art Station. Alchemie Tower. Used to create Potions and special arrows. Bamboo Fountain, provides clean water, water well can be placed, provides clean water well und gut. Was es ein Weaving hat, Crafting Textile Items, fehlt Glas, haben wir nicht, Tannery, Leather Goods und Armor Upgrades, fehlt Glas, haben wir nicht. Animal Height hätten wir sogar irgendwo. Carpentry, decorative furniture, Nägel, Glas, Toolset, ja. Glas ist ein bisschen ein Problem. Used to craft stone and clay building elements, chisel, small hammer, steel pickaxe, ah verdammt. Blacksmith für so Sachen, Timber, small hammer, sledgehammer, metal scraps, brick. Craft metal, metal ingots, tools, weapons and upgrades. Ja, sowas bräuchten wir. Da bräuchten wir noch extrem viel. Crafted. Haben wir da drüben, haben wir dann advanced. oder ein basic workshop. Children. Ähm, soll ich da mal schauen gehen? Da ist noch Holz, das kann ich mal holen. War da gerade irgendwas? Achso, da haben wir ja ein Reh drin. Ähm, ich gehe einfach mal hier drüber, glaube ich. So. Wir sollten ja hier noch alleine sein. Theoretisch. Ah, das ist hier tatsächlich eine, ein basic. Achso, nee, ein basic, kein advanced. Achso. Ja, guck mal an. Ist nur ein basic workshop und kein advanced workshop. Der sieht zwar cool aus hier, aber ist nur ein basic. So, hier ist nichts drin, ne? Nee. Hier kann ich auch nichts zerlegen. Schade. Okay, also für ein advanced brauchen wir einfach zu viel Zeug. Das müssen wir wahrscheinlich kaufen, auch teilweise. An diesem Hafen. Wo wir ja jetzt noch gar nicht waren. Das Pony ist immer noch auf dem Dach. Wer hätte es gedacht. Okay, aber so eine Cabin müssen wir doch jetzt bauen können. Small Cabin V2. Was brauchen wir hier? Timber Nails 151 und wir bräuchten 160. Wir haben also schon wieder keine Nägel mehr. Small Cabin made of Wood. Die kann man schon mal nirgends drauf stellen. Wooden Shack. Simple building. It can be used as animal shelter. Die ist natürlich am größten. Small Cabin V4. Timber wäre kein Problem. Aber die Nägel sind ein Problem. Und wir können eben noch keine Nägel bauen. Aber ich könnte mal nochmal rüber gehen und schauen, ob wir da vielleicht noch Nägel haben. Und da drüben war ich auch noch nie. Da haben wir zwar Nachbarn, aber wenn wir noch ein paar Nägel hätten, dann könnten wir uns endlich... Pferd, was machst du da? Nein, lass das mal. Das ist keine gute Idee. Pferd hat ein Problem mit den Wegen hier, offensichtlich. Pferd stolpert hier über die Wege drüber. Ich höre hier immer Geräusche. Sollen wir dieses Ding da hinten mal ausräuchern? Aber ich glaube nicht, dass es da nochmal Metallzeug gibt. Oder wir gucken mal in diese Richtung. Ich sollte mal was essen. Und was trinken. So. Ich reite mal hier. In die Richtung da drüben. Oder ich mache dieses Teil hier kurz platt. Hm. Ja, komm, ich mache dieses... Ich mache dieses Ding da mal platt. Munition haben wir genug. Die sehen uns noch nicht. Warum sehen die uns nicht? Oh oh. Boah, ihr braucht aber viel. Ich muss zuerst mal dieses Ding zerstören. Okay, der ist schwott. Oh, okay. Huh. Das war... Das war heftig. Immer so weggegangen. Oh. Eine Steel Pickaxe. Oh, wer hätte es gedacht? Na, guck mal einer an. Da geht das Gelooten gerade weiter. Knochen. So, wo sind die anderen Viecher? Cucumbers. Das ist Holz. Ah, Mist. Wo sind die jetzt? Wo ist das Pferd? Da. Die man sich auch gleich... Uch. Auch gleich looten. Wo ist der andere? Ah, hier. Okay. Ah, gut. So, komm Galoppi. Wir gucken, ob hier noch irgendwo was Feines liegt. Aber sieht mir nicht so aus. Moment mal, was ist das? Huch. Ach, das ist ein Busch. Aber hier haben wir noch was. Nehme ich auch mal mit. Wir haben keine Energie verloren. Oh, da hinten war auch noch dieses... Das war, glaube ich, hinter dem Haus hier, ne? Na toll, jetzt wird es dunkel. 19 Uhr. Naja, gut. Dann reiten wir noch mal schnell nach Hause. Schlafen wir mal bis zum nächsten Tag, weil sonst sehe ich hier gar nichts mehr. Können wir nicht mit dem Pferd da drüber hüpfen? Ja, sehr gut. Da hinten war noch so eine kleine Hütte mit, ich glaube, Ziegelsteinen oder so Backsteinen. Ich habe keine Ahnung. Die haben wir auch noch nicht mitgenommen. Da war es, glaube ich, das Inventar wieder voll. Ähm, soweit ich mich erinnern kann. Huch. Oh, hier ist auch noch was. Ah ja, Kohle. Und, äh, da müssen wir auch noch mal zurück. Also, Hütti, äh, Hütti, 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 Hütti Ho, komm. Also, bleib mal hier stehen, bevor du wieder, ähm, Trouble kriegst hier mit deinen Hufen. Okay, wir gehen schlafen für fröhliche 10 Stunden Ach ja, schön Gut, wir sind zu früh ins Bett gegangen Wir schlafen nochmal für eine Stunde So ist mir das Ganze lieber Komm, wir gehen weiter looten So, wenn es da so schicke Sachen wie eine Steel Pickaxe gibt Das ist natürlich was ganz Feines Da haben wir schon mal ein Tool von den Tools, die wir brauchen Und da hinten war ja dieses Haus mit dem Oh, da ist auch noch was Nein, da ist nur eine Blume Jetzt auch noch Blumen So Zeug brauchen wir gerade nicht Was ist das da? Oh, auch nochmal gefährliche Sachen Sollen wir es wagen? Können wir die weglocken? Gibt es da noch mehr? Oh, die sind so So mäßig schnell Sehe ich gerade Oh oh Boah, sind die schnell Ich treff die halt nicht Ich treff die halt nicht Oh oh Okay, jetzt haben wir mal eine Los machen So, bevor neue rauskommen Gut Also die sind schon Ja Die sind nicht Von schlechten Eltern Diese Viecher hier Aber hier gibt es bestimmt Wieder irgendwas Feines Könnte ich wetten Overheated 95% Aber es ist eine gute Kombi Knarre und Flammenwerfer So, lass mal sehen Was habt ihr beschützt? Ihr müsst doch irgendeinen Loot Beschützt haben hier Irgendwas Gutes Glowing Mushroom Super Baumstampf Stampf Baumstumpf Toll, hier ist gar nichts Einfach mal flott Gar nichts So, da drüben Auf den Inseln Da könnte ich mal Rüberschwimmen Aber ich schätze mal Dass da auch nichts gibt Ähm, ja Das ist so eine Sache So ist mein Pferd Da steht's Hier ist noch ein bisschen Holz Hier ist noch ein bisschen Eisen Wahrscheinlich Und Gold Von allem ein bisschen Ja, das ähm Ja, hat sich jetzt nicht so Sonderlich gelohnt Was ist das? Ah, nochmal so ein glowing Glowender Pilz Das hier sind nur Pflanzen Und Baumstümpfe Ach, guck mal an Hier haben wir doch noch einen Und ein Hundi Ein Schuss in den Kopf Die muss vielleicht besser Auf den Kopf zielen Vielleicht ist es tatsächlich so Dass die Kopfschütze Weniger abkönnen Das ist ja ein Schön hässliches Viech So, was haben wir hier I will walk For food and shelter Äpfel Und Eier, die einfach so rumliegen Ja Ähm Super Ausbeute Hat sich ja voll gelohnt Hier ist nur verdörtes Vertrocknetes Zeug Um's ganze Haus rum Verdammt, ich brauch Nägel Ich brauch Nägel Nägel Ich brauch Müll Denn im Müll sind glaube ich Auch Nägel drin Wo geht's denn da noch lang? Oh Das ist nochmal so ein Spezialbratling Ich glaub den zünde ich mal Zuerst an Okay, das ging ganz gut Hat der wenigstens was bewacht Irgendwas Gutes Oh, hier geht's aber noch echt weit Was ist das? Ein Fuchs Das sieht aus Original wie da wo ich gekommen bin Äh, also wie da wo Von wo ich gekommen bin Und ich hab ein Pferd Kann ich das nicht herrufen Mit H? Mein H ist das Hood Was war das? War das der Fuchs? Oh, das ist ein Pferd Oh mein Gott warum sind hier wölfe ich hasse es wenn diese plötzlich auftauchen da sind halt einfach noch mehr ok es bringt wohl was in kopf zu schießen oh schon tot ja tut mir leid die sind auch wild und ich lasse mich nicht von wölfen fressen das machen wir nicht sind da noch mehr oh ich sollte mal nach meiner gesundheit schauen ja nein so nehmen wir mal die 0 zack zack und dann trinken wir nochmal was da ist noch was wir haben ja genug oh stein oh stein ist gut da ist noch mehr stein und stock ich frage mich wie viel komische viecher es hier noch gibt unser pferd hat glaube ich kein health balken oder habe ich jetzt gar nicht gesehen ob unser pferd auch health hat dass es verlieren kann oder gesundheit die es verlieren kann um besser deutsch zu sprechen was ist das hörsche ok ich glaube hier hinten gibt es wirklich nichts mehr aber das ist auch ein recht großes gebiet hier hätte ich jetzt nicht gedacht und ich habe natürlich mein pferd meilenweit woanders stehen und die folge ist auch schon wieder vorbei unfassbar und wie das hier ruckelt also ich muss echt mal schauen ob ich nicht hier noch ein bisschen ambient ist wahrscheinlich die ambient musik oder was oder keine ahnung ich weiß es nicht ich muss mal ins im hauptmenü muss ich mal schauen ob ich da nicht waldflauer ok ob ich da nicht noch ein bisschen die performance hochkrieg indem ich mit der grafik noch ein bisschen runter geht weil es halt doch schon teilweise sehr ruckelt das sind echt krass rote bäume also fertig steht ok jetzt ist auch jetzt ist die stamina ist jetzt komplett weg fertig steht da drüben haben wir denn jetzt noch mehr nägel 151 nein wir haben mit nichts nägel dazubekommen das wäre doch schön gewesen wenn da jetzt irgendwo so ein blacksmith gewesen wäre wo wir hätten nägel machen können nägel mit köpfen so naja gut dann schleiche ich mal hier weiter zu meinem zu meinem galoppelchen da ist noch ein stein die nehme ich dankend mit hier ist ach ein magazin da wir ja immer schön die magazine einfach fallen lassen krass umweltverschmutzung betreiben hier so also hier scheint es nichts mehr zu geben außer hier noch ein bisschen knochen und ein wildes hasi na komisch wenn man vollgas drüber reitet geht's nur langsam ist ein problem offensichtlich so da kommt man nirgends hin oder wenn ich schon mal so einen zacken drauf hab dann will ich mal eben schnell nach da hinten aber da geht es nirgends weiter oh was liegt denn hier einfach so coins einfach so mitten im ding einfach so mitten in der pampa liegen hier coins nägel wären mir eigentlich lieber ich guck mal eben hier hoch ach so die ausdauer da war ja noch was okay da oben ist glaube ich nochmal so ein so ein monsterscheiß und wir haben keine ausdauer mehr ich guck mal von hier ich geh mal hier hoch pflanzenfieber haben wir jetzt mittlerweile auch genug oh man die folge ist schon wieder viel zu lang ja da ist wieder so ein und da hinten ist irgendwas das sich dreht und da hinten ist noch ein häuschen okay also dann müssen wir da theoretisch auch noch hin da sind von den großen voll viele das wird mit der knarre wird das habig aber wir könnten es versuchen oder wir grassen mal diesen markt ab und gucken mal wir haben so viel gold metal scraps ach was einfach so das war glaube ich wieder ein hase aber metal scraps sind keine nägel äh mist oder doch ja ich glaube ich schau mal wo dieser markt ist an diesem hafen da oh man und dann kauf ich da einfach mal nägel und verkaufe ein bisschen was wir haben ja so viel gold jetzt mittlerweile so wir reiten einfach mal schnell wieder zurück unperformant wie möglich was zum hanker war das denn oh da ist nochmal metal scraps pferd du stehst auf den metal scraps so nähä dieses pferd ne und hier ist ein baumstamm mitten im weg so pferdi bleibt jetzt erstmal hier ach ja und ich schau mal was haben wir denn alles jetzt neues gekriegt ok wieder neue samen und so weiter dann werde ich wieder ein bisschen sortieren und wir sehen uns morgen wieder wenn es wieder heißt time to play hier bei animalica und ich guck mal ob ich vielleicht ins menü gehe zwischenzeitlich und hier ein bisschen die performance boosten kann mal schauen bis dahin macht's mir gut meine Freunde tschüss